Richtig random. Ja übrigens, der Hornsack ist animiert. Willkommen zusammen. Wir sind hier auf MuffyCraft und ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich. Und das Team ist so toll gewesen. Hallo Henry, ich rede von dir und von den anderen natürlich auch. Aber 18 Leute auf dem Server. Ihr seht hier, es wurde sehr viel überarbeitet. Wir haben einen super geilen Halloween Spawn. Jetzt neu in der Jump-Welt. Erzähl mal Henry, was ist neu dazugekommen? Also es gibt jetzt Auto-Jump-Event. Ist gerade ein Jump-Event offen? Genau, ihr seht es hier in meinem Chat. Die Nachrichten vergessen wir noch ein bisschen. Aber dann treffen sich alle und der erste Platz kriegt natürlich das Geld. Und ich bin ganz schlecht im Jumpen von daher. Schaut lieber darauf, wie ich ganz coole Muffy-Boxen öffne. Ich kann da nur vielleicht mal demonstrieren. Genau, also das ist ziemlich geil. Chat-Color war das ja. Ja genau. Und jetzt kann ich das auf Rot ändern und jetzt schreibe ich nur noch in Rot. Ziemlich nice und das wollen wir dann natürlich auch den Spenderringen geben. Es gibt jetzt Mob-Arena in der Jump-Welt. Ach du Kacke. Ich stehe da auf der Truhe, ne? Scheiße, ey. Und da fünf Charged-Streeper. Was geht? Mit acht Leuten Mob-Arena oder wie? Was sag ich mir? Was? Oh ne, oh ne Leute. Oh ne, das muss ich jetzt rausschneiden. Dankeschön. So, das wärs eigentlich. Also 19 Leute auf dem Server. Da überlegt man sich halt schon mal, ob man dann wieder ein Sagt-Event macht. Bin sehr dankbar, dass wir hier den Max haben, den Henry. Henry ist ja unser neuer Developer. Vielleicht weiß das noch jemand nicht. Und ich hab 100.000 gewonnen. Leute! Wir sehen uns auf dem Server. IP ist ja MuffyCraft.de Bis dann!